Musikanten-Ski-WM Das ist schon eine Sensation! Musikanten-Ski-WM Das ist sie, die Musikanten-Ski-WM 2024. Und liebe Zuseher, glauben Sie meins, bei diesen Temperaturen wird nicht nur drin im Zelt gefeiert, sondern Hunderte, die eigentlich gar keine Karten haben, die feiern hier draußen. Ein echtes Straßenfest. Wir sind unterwegs nur für Sie und wir machen heute folgendes. Wir fragen nicht nur nach, warum die Gäste da sind, sondern was deren Lieblings-Oberkrain- und Volksmusik-Kit ist. Und die Bravsingern bekommen auch Geschenke, und zwar unsere ganz besondere CD seitens der Bundigammer Musikanten-Ski-WM aus dem Hause Tirolis. Schauen Sie sich das an, die Musi spielt, es ist soweit. Wir gehen es jetzt an, gemeinsam mit unserem Kamerateam. Los geht's! Musikanten-Ski-WM Die Musikanten-Ski-WM ist einzigartig. Das ist einzigartig geworden und leider ausverkauft. Wir würden wirklich alles gerne ermöglichen, dass wir alle reinbringen, aber Sicherheit geht vor. Aber wie man sich drum herum in der ganzen Stadt wird Musik gespielt, gibt's was Schönes. Warum ist die Musikanten-Ski-WM mittlerweile so ein Hotspot? Ja, da treffen wir eigentlich von nah und fern alle Leute, ne? Von Deutschland, Schweiz, Österreich, überall Südtiroler. Da sind die Burmteifeln eben mit dabei, selbst die Bayern. Und die Burmteifeln verstehen sie gut. Küsst mich doch, küsst mich doch, und dann geht's ein bisschen los. Küsst mich doch, küsst mich doch, und dann geht's richtig los. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, viel Spaß mit der CD. Oben, kleiner He. Oben, kleiner He. Wenn die Schwalben Heimat sind. Das lassen wir so in Relation. Da tue ich den Hubert gut kennen, gell? Sag ich jetzt ja! Hallo kleine Maus, komm mit mir ein Stück nach Haus und dann machen wir Hochzeit! Woher seid ihr denn ganz genau? Von Oschi-Räulm. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß und bitte passt es auf euch an. Hallo kleine Maus, komm mit mir ein Stück nach Haus und dann machen wir Hochzeit. Wir gängern durch die Gassen, kennens Käppeln, tut net lausendran, die Leid zieht zu uns her. Heide ist's wieder so weit. Heide ist's wieder so weit. Die Frauen bekommen einen zweiten Versuch, wir bleiben einfach drauf. Achtung, bitteschön. Heide ist's wieder so weit. Heide ist's back up und Zeit. Applaus bitteschön, ja. Wir haben die CD, alles Gute, viel Spaß und einen schönen Raum. Dankeschön. Heide sind sie voll dabei, an so einen schönen Tag wie Heide. Wenn man so fest angezogen ist, hört man da nur auf die Musik oder schaut man da ein bisschen auf die Burschen? So bitte. Natürlich hauptsächlich auf die Musik, das ist ja ganz klar, deswegen sind wir da. Aber den ein oder anderen Burschen muss man schon auch anschauen. Sehr gut. Aber nur anschauen. Nur anschauen, haben Sie gehört? Nur anschauen. Was zählt da mehr, ob eine gute Musik ist oder ob ein guter Tänz ist? Das kommt ganz auf die Musik an, weil wenn die Musik gut ist, kann man tanzen auch dazu. Ich hab schon gemerkt, es wird ein Musiker gesucht. Viel Spaß und gebt Gas. Alles Gute. Da sind sie die Freunde aus Kärnten. Jungs, herzlichen Glückwunsch. Bitteschön! Euer Geschenk. Viel Spaß beim Hören. Schönes Wochenend in Schlappmink. Danke! Damit kommt man bestimmt rein! Alles Gute Jungs und gute Unterhaltung! Dankeschön! Dankeschön! Was ist für dich so der Oberkrainer-Hit Nummer 1 aktuell? Oberkrainer aus Liebowitz, der wird zwar nicht gesungen, aber sonst Tante Miezi, mein Mädel aus Krein. Hallo kleine Maus, komm mit mir ein Stück nach Haus und da machen wir Hochzeit. Ich gebe dir mein Wort und du gibst mir auch dein Wort in Ewigkeit. Alles Gute, viel Spaß beim Hören und eine schöne Zeit bei uns bei der Musikanten-GWM. Danke! Einfach unglaublich, also so viele Leute, die Musikbegeistert sind, was soll der Welt passieren, wenn so viele Leute Musik gern haben und lieben und einfach lustig sind. Also man kann positiv in die Zukunft schauen, das glaube ich schon. Maus, Maus, zuckersüße Maus, komm mit mir nach Haus. Da bitteschön, alles Gute, viel Spaß und ein schönes Wochenende in Schlappen. Dankeschön meine Damen, für dich Servus! Und der Stern sagt zu mir, ich bleib gerne bei dir, bis dass der Morgen erwacht. Wow! Kompliment! Bitteschön! Also wenn man so singt, darf man sogar die Sonnenbrille um 21 Uhr abends auch tragen. Alles Gute und viel Spaß hier bei uns in Schlappen. Danke! Tschau! Gibt es einen speziellen Favoriten im Zelt oder genießt man einfach jeden Künstler, jeden Act? Also ich freue mich auf alle Künstler, die die nächsten Tage da auftreten. Seien wir damit einverstanden? Ja! Dann ab ins Zelt, schöne Zeit hier in Schlappen. Danke! Grüß euch! Die Musikantenklima ist einfach ein Wahnsinn! Also Leute, ihr müsst euch einfach sehen und miterleben, sonst könnt ihr nicht mitreden! Haben Sie? Warum fahren die Weststeider da her? Ja, jetzt muss ich sagen, sowas wie heute. Ich bin das erste Mal da auf der, wie soll ich mal sagen, in Schlappen bei der Musikan-GWM. Wir waren heute schon den ganzen Tag oben auf der Olm. Also ich glaube, wenn man Musikfreund ist, das erlebt man noch einmal im Jahr. Und das ist, glaube ich, da oben. Es gibt kein anderes Fest, was man, wie soll ich mal sagen, wenn man so viel Musik begeistert trifft. Das ist Wahnsinn! Einfach einmal in Mut zusammennehmen und herfahren da einfach. Und dann sieht man, was das für ein Spaß ist und für ein Gaudi ist. Und dann sieht man, was das für ein Gaudi ist und für ein Gaudi ist und für ein Gaudi ist und für ein Gaudi ist. 1. 3. 1. 4. 6. 7. 10. 9. Untertitelung des ZDF, 2020